Das ist das. Dann werden wir hier schon attackiert werden vom Hass, nicht gesehen. Ach, da ist der Zieh mit da. Was der da in der Hand hat. Stell dich dem mal irgendwo in Sicherheit. Erstmal zusammen mit Kerrigan mal am besten. So. Ja, das war so klar. Von so einem Scheiß-Kack-Drecks-Panzer. Ich hasse es. Können wir jetzt aber aufbauen, das ist schön. Aber darauf sollte ich mich jetzt noch nicht fokussieren. Wichtiger ist, dass ich hier vorankomme mit meinem ganzen Zeug, was ich halt so brauche. Ja. Sag's doch nochmal. So, wie sieht's sonst aus mit militärischen Einheiten? Nicht gut. Okay. Insgesamt sieht es halt nicht so gut aus. Gut. Aber kriegen wir hin. Hoffe ich. Hm. Stellt euch mal da ein. Warum denn das jetzt? Ist das Ziel vielleicht zu nah? Nein. Okay. Ein Forschungsschiff. Äh. Okay. Gut. Ja, da rein. Zwei da rein. So. Okay, es hilft alles nicht. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was wir dann halt benutzen können, um Panzer zu erledigen. Ja, und was muss, das muss. So, Verteidigungsmatrix, wie sieht das jetzt genau aus? Es müssen Einheiten anvisiert werden. Mach mal. Aha. Das kommt noch, Herr Mann. Wir beschreiben mittels Verschiegel. Was soll's sein? So. Okay. Panzer kosten aber halt auch einiges. Und du machst hier mal ein paar Depots irgendwo hin. Dahin, wo sie am wenigsten stören am besten. Dann bist du mal Typ zwei. Das war klar. Okay. Ab die Post. Raumhafen könnten wir dann eigentlich auch noch irgendwie bauen. Ähm. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Belagerungsmodus. Müssen wir in der Werkstatt erforschen. Alles fertig. Ja. Das ist dann, ob wir halt die Panzer aufstellen können und all sowas. Commander. Was eigentlich nicht verkehrt ist. Ah, grüße Commander. Übermittele Befehle. Hauptquartier. Empfange Befehle. Ab die Post. E gleich M mal C. So, so, so. Hm. Wo ist mein Notizblock? Wer hat bloß diese blöden Laborapfel losgelassen? Ich glaube, wir haben ein Gasleck. Weiß einer von euch Idioten, wie diese verdammte Anlage ausgeschaltet wird? Okay. Äh. Da ist es. Okay. Jetzt haben wir natürlich noch nicht die Sprüche durch der Panzer. Irgendwas ist ja immer. So. Panzer ausgefahren. Einen stellen wir auch mal hier hin. Erstmal. So. Was habt ihr noch für Sprüche? Ich bin kurz davon, den Hammer fallen zu lassen. Und ein bisschen Hammer, das ist Justiz zu lücken. Wohl auch schon im Schadenwerk, hä? Ja, Sir. Okay. Haben wir sie durch. Okay. Ähm. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Raketentürme. Wenn die halt jetzt hier ständig ankommen mit unsichtbaren Einheiten, wäre das nicht das Verkehrteste. Das heißt, wir stellen auf jeden Fall mal einen irgendwo hier hin. Damit die Panzer hier sehen, was hier in der Nähe ist. Commander. Einen werden wir auch hier irgendwo noch hinstellen, mit ich hier sehe, was hier ankommt, und hier irgendwo noch einen. Weil was muss, das muss. So, du hast nichts zu tun, das wollen wir ändern. Hier einfach nochmal zwei Panzer. Erstmal, ne, Verteidigung aufbauen und Ressourcen gathern und hast ja nicht gesehen. Immer dies denkendisch. So, also hier einen hin und dann irgendwo hier vorne. So. Dann halt auch so die Frage, was will ich jetzt eigentlich machen? Ebenmal ist hier alles im Weg, ha? Arma, WBF. Stell dich mal da hin. So. Aufbauen. Oh Gott. Wird schon. Luftanheiten kann er, glaube ich, nicht attackieren, deswegen ist das halt auch immer so eine Sache. Ich wundere nur, dass von hier oben noch nichts kam. Ja, ja. Ja, ja. So, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist erstmal dieses Gebiet hier. Ne? Einnehmen, sichern und so weiter. Damit wir dort an die Ressourcen kommen. BDF-Aflugbereitschaft. Die Frage ist, was machen wir dafür? Also halt, ne? Welche Einheiten werde ich nehmen? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen ja immer nur noch Raumhafen bauen. Vielleicht machen wir dann auch was mit dem Raumhafen und so. Aha. Okay. Befehle, Sir! Ja, gut. Werkstatt angekündigt. Ja, gut. Ist halt so, wie es ist, ne? Ach ja. Hahaha. Da war ja was. Habe ich schon wieder so ein bisschen vergessen. So. Du machst mal nicht das, sondern du machst hier einen Raumhafen. Zack. Jo. Wissenschaftliches Institut. Ja, unbedingt. Für halt, ne? Diese Dinger zum Beispiel. Hauptquartier. Empfange Befehle. Hm. Hm, 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 hm. Alles fertig. Elvius und die ist. So. Einfach auch mal ein paar hinstellen, weil da ist ein bisschen spärlich beschützt. So, dann halt die Frage, was brauche ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, dass hier Panzer schon gar nicht mal so verkehrt sind, wenn wir davon ein paar haben. Panzer, Goliaths, Infanterie allgemein. Ich glaube, damit sind wir eigentlich gut dran. Deswegen mach einfach mal nochmal eine Fabrik. Und dann mal gucken. Und dann mal gucken, was wir da halt da so erforschen können, ne? Wie lange brauchst du noch? Mach mal. Mach mal dahin. Okay. Und natürlich Depots, 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 Depots in Masse. Das ist auch irgendwann fertig. Mach auch mal ein Depot. Einfach mal mit das jetzt hier, ne? Ein bisschen auf Vordermann kommt. Damit ich gleich dann nicht irgendwie mich drum kümmern muss. Oh mein Gott, ne? Ich habe so viel Minze und kann alles bauen, aber habe halt keine Versorgung. Das wäre ein bisschen blöd. Wenn der dritte hier fertig ist, gehen wir da mal rüberfliegen. Alles fertig. Mal gucken mal, was wir da so machen können. Was können wir hier machen? Bestrahlung erforschen. Aha. EMP-Schockwelle. Titanreaktor. Primärforschungsschiffenergie. Bestätigen optischen Empfang. Weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich finde halt die Schiffe halt überwiegend nützlich zum Aufdecken von Dingern für unterwegs. Aber sonst halt so, unterstützend ja, aber ist halt so eine Sache. Zielevektor erfasst. Roger. Zielevektor erfasst. Ja, der Panzer kann uns tatsächlich nicht attackieren. Das ist sehr, sehr gut. Die Sache ist, der Gegner hat grundsätzlich sehr, sehr viele Panzer. Vielleicht können wir tatsächlich unseren Vorteil daraus ziehen. Oh, schlägt. Abgriffsformation. Zielevektor erfasst. Ah, okay. Gut. Dann bau du mal eine Akademie. Damit ich dann hier erstmal so ein Ding ins Tram bauen kann, damit wir irgendwie hin und wieder mal die Gegend scannen können, damit wir auch sehen, wo soll ich eigentlich hin? Ja? Das ist ja so, die Frage des Tages, wo soll ich eigentlich hin? Ich habe ja keine Ahnung. Ne? Aber davon jede Menge. Wieso? Alles fertig. Alles fertig. Hm, hm, hm. Komm, mach noch ein paar von denen. Ich glaube, die können uns halt schon so ein bisschen helfen. So. Dann brauchen wir noch ein Waffenlager. Obwohl denn das jetzt schon wieder. Okay. So. Okay. Gut, gut, gut. Dann lass mal überlegen, was ich denn mache. Stim-Packs werde ich hier nicht gebrauchen können. Zusatz fertig. Tarnfeld bringt mir hier auch eher wenig. Ich meine, das hier auf alle Fälle sowieso. Ähm, wo war denn jetzt hier diese Upgrade-Mechaniken für Schiffe zum Verbessern? War Maschinen-Dock, ne? Haben wir keinen Maschinen-Dock? Doch, da. Nicht im Maschinen-Dock. Ach, da. Okay. 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 Okay.